Yes, Alter! Damit besiegen wir. So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Account. Wieder Storytime mit Bilu. Erstmal vorab vielen, vielen, vielen Dank für die ganze Resonanz auf das Youssef-Video, auf das Justin-Ginma-Video. Mich freut es auch, euch was mitzugeben oder euch auch von den Fußballern die Geschichte nahe zu bringen. Noch ein bisschen der Jugend zu zeigen, was läuft gut, was läuft schlecht, was kann man vielleicht besser machen. Und deshalb bin ich jetzt in Pauli, in Hamburg, mit Elias Saad. Steht auch gerade, finde ich, komplett im Mittelpunkt. Spielt eine sehr, sehr gute Saison und ja, ich freue mich erstmal, Bruder, dass du dabei bist. Sehr, sehr cool, dass du mitmachst, dass das so alles geklappt hat. Und ja, ich würde sagen, stell dich den Leuten mal vor, wer du bist, wie alt du bist und was für eine Position du spielst. Und dann einfach von klein bis jetzt. Erstmal danke für die Einladung, dass ich hier sein darf. Ja, ich bin Elias Saad, 24 Jahre alt, spiele beim FC St. Pauli und spiele linksaußen. Ja, ich komme auch aus Hamburg, also es ist sehr schön für einen Hamburger Verein aufzulaufen. Also ich träge dann von wo. Du kannst anfangen, von klein auf, wann du angefangen hast, wer dich dazu gebracht hat. Ob es, ich weiß ja bei dir, deine Geschichte ist ja auch sehr interessant, so ein bisschen ähnlich wie Justin's Story. Dass das alles so ganz schnell ging dann auf einmal am Ende. Deshalb, du kannst einfach von klein auf, vielleicht den ganzen Jungen dann durchgehen, am besten erzählen, was da passiert ist, wie es war für dich. Also ich habe wie jeder mit 5, 6 beim Verein angefangen, bei ESV Einigkeit in Wilhelmsburg. ESV Einigkeit? Ja. Also ich habe zwei ältere Brüder und die haben mich so dazu gebracht, Fußball zu spielen. Die haben auch Fußball gespielt und dann war es so jeden Tag kicken gehen und dann war mein älterer Bruder, also der älteste, auch Co-Trainer bei der Mannschaft. Und dann sind wir immer da zum Training gegangen. Dann bin ich nach ein paar Jahren zum SV Wilhelmsburg gegangen, zum anderen Verein. Der ein bisschen, also mal ist der besser, mal der, aber in dem Jahrgang war der andere besser. Was war das für eine Jugend, also was war das, nee, nicht Jugend, sondern was war das für eine Liga? Also ist das so direkt Dorfferein gewesen oder? Ja, schon. Dorfferein, sagt man? Okay. Also ich weiß gar nicht, welche Liga, ich war so 8, 9, bin ich da hin. Und dann habe ich da auch zwei, zwei, drei Jahre gespielt. Bin ich elf geworden, dann bin ich in der fünften Klasse zu so einer Sportschule gewechselt. Also nicht zu Wilhelmsburg in der Schule gegangen, sondern woanders. Und dann hatte ich da so einen Trainer, der auch beim Stützpunkt war und der hat mir dann Niendorf empfohlen. Also Niendorf ist ja ein ganz guter Verein, so für Jugendspieler und so, neben HSV Pauli. Und dann gibt es so ein paar andere gute, ETV, Niendorf, Norderstedt. ETV, glaube ich, hast du das erzählt, ne? Ja, genau, er war da, ja. Stimmt, stimmt, stimmt. Okay, seid ihr gleicher Jahrgang eigentlich? Ne, ne, ich bin ein Jahr älter, glaube ich. Ein Jahr älter, okay. Und dann bin ich da hingegangen, nach Niendorf. War ganz gut, also war ganz neu für mich so. War ein bisschen leistungsbezogener. War jetzt auch nichts Besonderes, aber war halt anders, als ich es gewohnt war. Und die ganze Fahrerei, das war halt auch nicht in meiner Nähe, sondern ich bin so 50 Minuten zum Training gefahren immer. Alleine? Anfangs bin ich immer mit meinen Geschwistern, die haben mich immer hingebracht. Also deine Brüder, meine Schwester, ich habe eine ältere Schwester. Und dann, wo ich so 12, 13 wurde, bin ich alleine gegangen. Boah, krass. Immer alleine zum Training, auch immer alleine zurück? Ja, genau. Boah, crazy. Wie oft hat man da Training gehabt? Wir hatten zweimal anfangs und dann dreimal so ab 12. Okay, aber war schon eine Umstellung, war? Ja, ja. So, immer, davor immer im Dorf oder im eigenen, in der Umgebung und dann auf einmal 50 Minuten, okay? Ja, war ganz anders. Also ich hatte auch kaum Zeit für meine Freunde dann, war ich jeden Tag Training, nach der Schule direkt zum Training. Das war schon hart, weil man dann so abends nach Hause kommt, 23 Uhr, du musst noch Hausaufgaben machen, du bist aber kaputt so. Crazy. Obwohl es nicht mal, du sagst ja, Pauli, Hamburg und dann die Vereine drumherum. Ja, genau. Obwohl es nicht mal NLZ, ist ja kein NLZ, oder? Nee, nee, gar nicht. Trotzdem sagst du dann schon, dass man weniger Zeit hat und sowas. Nee, auf jeden Fall. Also mehr Opfer muss halt für sein, weiß nicht, ob du da schon einen Traum hattest, so von Fußballprofil, aber. Also ich habe da an mich geglaubt und dachte, ich kann es packen. Und dann bin ich auch mit 13 in die Hamburger Auswahl gekommen, war da ein Jahr. Aber da waren so 50 Spiele oder so und die ganzen HSV-Poly-Spieler waren noch nicht mal drin. Also die kamen erst danach so, nachdem aussortiert worden ist. Und dann wurde aussortiert, die Hälfte wurde rausgenommen und ich war auch einer davon. Und dann wurde ich von der Auswahl und vom Stützpunkt rausgeworfen gleichzeitig. Warum aber? War er nicht zur Zeit da? Ich weiß auch nicht. Die meinten zu mir, also deren Begründung war, dass es gar nicht fußballerisch ging, sondern dass ich zu viel Fußball im Kopf habe, war die Meinung vom Trainer. Hä? Ja, ich meinte es 100 Prozent, ich kann mich noch genau an das Gespräch erinnern. Er meinte, Elias, du hast zu viel Fußball im Kopf, du fährst zu oft hin und her und wir wollen dir lieber damit so eine Pause geben. Ich sage dir, das ist eine safe Ausrede. Also 100 Prozent eine Ausrede, ja, ja, ja. Ja, 100 Prozent. Man will doch genau so eine Kinder haben, die fußballerverrückt sind. Also im Nachhinein wusste ich auch, dass es eine Ausrede ist, dass ich einfach von der Leistung her nicht so gut war wie die anderen. Ist auch nicht schlimm. Ja, und dann war so ein kleiner Tief, so ein kleiner Traum geplatzt, man wollte da spielen. Und dann lief es bei Niendorf, bei meinem Pein auch nicht, weil wir C-Regio dann gespielt haben. C-Regio? Ja, C-O15 Regionalliga. Also ganz normale Regionalliga. Ja, ganz normale. Warum sagt man aber C? Wegen der Jugend, C-Regionalliga. Ach so, ja, C-Jugend in der Regionalliga. Ja, genau, und da gibt es ja B-Regionalliga, I-Regionalliga. Und dann habe ich da auch nicht mehr gespielt, weil ich körperlich auch nicht, also ich war viel kleiner als alle anderen. Ich habe voll spät den Wachstumsschub bekommen. Und dann habe ich einfach gemerkt für mich, okay, Elias, so Fußballprofi wird nichts so. Aber ich war nie so der Typ, der nie zum Training kam. Aber ich war trotzdem jedes Mal beim Training, obwohl ich in der Saison ein Spiel von Anfang an gemacht habe. Ein Spiel nur? Ein Spiel nur von Anfang an, ja. Und das war der letzte Spieltag. Und du bist immer trotzdem zum Training, immer auch im Kopf klar, ey, ich gehe immer zum Training. Ja, weil mir das Spaß gemacht hat, so Fußballspielen, Fußballtraining. Und ich hatte da meine Jungs so. Alter, wie alt warst du da? 14, 15. Boah, mit 14, 15? Du hast einmal... Ich habe ein Spiel, das letzte Spieltag, weil da schon die Liga vorbei war. Und er dachte, komm, ich gebe ihn jetzt einmal, so. Krank. Wie hat es sich für dich angefühlt? Ja, scheiße. Ich überlege gerade so, bei mir war es so, ich habe ja immer gespielt und ich kenne das nicht so. Und ich denke jetzt so, wenn man halt nie spielt, dann kann es auch sein, dass der Junge auch so ein bisschen Spaß am Fußball verliert. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, 100 Prozent, aber bei mir war es nicht so. Ich hatte immer Spaß und... Aber natürlich so, ne, du willst, erster Spieltag, zweiter Spieltag, du bist nicht mal im Kader so. Und dann so als kleiner Junge, ich bin auch ein bisschen emotional, dann fängst du an zu weinen und sowas, verstehst das alles nicht so. Aber ja, so ging das dann weiter. Die B-Jugend auch so, ich habe immer wenig gespielt, ne, viel. Und dann sind wir in die A-Bundesliga aufgestiegen mit Nido. Ah, Bundesliga? Ja, Bundesliga. Die waren Bundesliga-gegangen. Also wir waren auch eine sehr gute Mannschaft, muss man dazu sagen. Krass. Also viele sind dann auch zu Pauli HSV gewechselt danach. Aber ich habe halt kaum gespielt, wir sind in die A-Bundesliga aufgestiegen und ich hatte dann so einen kleinen Konflikt mit dem Co-Trainer. Möchtest du erzählen, was war? Ja, so wie ich gesagt habe, ich habe halt keine Rolle gespielt. Es war, glaube ich, der vorletzte Spieltag in der B-Jugend und wir sind halt danach in die A-Bundesliga aufgestiegen. Und dann hatten wir ein Spiel am Wochenende und Abschlusstraining und beim Abschlusstraining meinte er so, Jungs, passt auf, niemand soll verletzt werden, aber Elias könnt ihr umhauen. Niemals. 100 Prozent. Und die Jungs, die dabei waren, wissen das auch. Nein, nein, nein. 100 Prozent. Der Trainer hat gesagt. Der Co-Trainer, nicht der richtige. Co-Trainer. Der Co-Trainer, ja. Vor allem, laut. Du verarschst mich. Doch, und das war nicht so ein Verhältnis. Es gibt ja auch so Co-Trainer-Verhältnisse, so du weißt, er macht Spaß und man ist gut miteinander, so. Aber bei ihm war es, wir haben uns komplett gar nicht verstanden. Und das hat mir so dann den Rest gegeben. Dann war so für mich, okay, ich höre hier auf. Hab dann sofort gesagt, ich gehe nicht mehr zum Training, ich spiele nicht mehr. Das war der Punkt, wo du bist davor immer gegangen. Ja, ja, genau. Und dann hast du gesagt, nee, jetzt ist es vorbei. Jetzt geht nicht mehr so. Und dann war halt so, ich habe kaum gespielt, welcher Verein will mich so haben, wo noch leistungsbezogen gespielt wird. Und dann habe ich kaum einen gefunden. Und dann war, glaube ich, ein paar Tage vor der Zeit, bis man wechseln konnte, so Transferphase, bin ich dann zu Buxtrude gewechselt in die A-Jugend. Das war Verbandsliga. Ja, okay. Ich habe Buxtrude schon mal gehört, deshalb. Was war das für eine Liga? Verbandsliga, also Oberliga so mäßig. Warte mal, du bist 18, 19 Jahre alt. Ja, da war ich 17. 17. Und wechselst von der A-Bundesliga? Nee, wir haben noch nicht. B-Bundesliga? B-Regio. B-Regio? Und dann sind wir in die A-Bundesliga. Genau, aber du bist da nicht mitgegangen? Nee. Sondern bist in die? A-Verbandsliga. A-Verbandsliga. Nee, ist Verbandsliga als Oberliga hier? Ich komme da immer durcheinander. Also damals hieß es Verbandsliga, jetzt heißt es Oberliga. Krass, okay. So, Leute, kleine Werbeunterbrechung. Und zwar, dieses Video wird gesponsort von meinem Partner Matchday, wo ich jetzt auch schon seit über einem Jahr bin. Extra Sportnahrung für Fußballer, egal ob von Kreisliga bis zur Bundesliga kann jeder benutzen. Produkte für vorm Spiel, während dem Spiel und nach dem Spiel. Wenn ihr zum Beispiel aktuell Iso-Drinks oder Energy-Drinks nehmt, ist kompletter Schwachsinn. Das gibt euch nur 20 Minuten Zuckerschock. Und mit Matchday habt ihr wirklich 90 Minuten volle Power oder nach dem Spiel, wenn es anstrengend war, eine gute Erholung. 25% gibt es mit dem Code BILU. Ist in der Videobeschreibung unten verlinkt. Von daher, schnell zuschlagen und jetzt weiter viel Spaß mit dem Video. Und dann hatte ich da wieder den Spaß am Fußball so. War halt kein gutes Niveau, aber ich habe immer gespielt und nicht so oft Training gehabt. Ich hatte voll viel Zeit dann für mich und privat. Da haben wir direkt wieder weniger. Ja, da hatte ich zweimal die Woche Training. Okay. Und habe dann viel mehr Zeit mit Freunden gehabt und war echt eine schöne Zeit, muss ich sagen. Weniger Fußball gehabt. Nach dem Jahr wurde unsere Mannschaft aufgelöst und wir sind in die Herren übergenommen worden. Also das war Landesliga dann, eine Liga unter. Aber Herren halt, ne? Einfach Herren, Landesliga. Und wir wissen ja jetzt, wo Elias jetzt spielt. Das musst du dir das immer mal vorstellen. Also du warst dann 18 ungefähr? Ja, 18 war ich glaube ich. 18. Und bist dann in die Landesliga? Ja, genau. Und dann war halt so, die Besten von der A-Jugend wurden halt mit zu den Herren genommen, Herren Landesliga. Und dann war glaube ich erst zweites Training oder so und direkt 1 gegen 1 Form, direkt zu meinen Form so. Dann habe ich alle auseinandergenommen und der Trainer schreit rum so, also das war so eine Sache, er schreit so rum, Digga, was ist mit euch? Hier kommt ein 17-Jähriger, nimmt euch alle auseinander so, was ist mit euch so, ne? Da habe ich eigentlich gedacht, okay, ich spiele hier so, das ist mein Ding. Und dann habe ich aber nicht gespielt, so die ersten Spiele war ich nicht im Kader. Erste zehn Spiele habe ich kaum gespielt, habe dann immer in der zweiten Mannschaft gespielt, in der Kreisliga war das. Habe ich Spiele gemacht. Jetzt ungelogen, also ich habe Kreisliga gespielt, damit ich Spielpraxis bekomme natürlich. Und dann zum Ende hin, also Anfang Rückrunde, habe ich dann angefangen zu spielen, habe jedes Spiel gemacht, gut gespielt. Ganz kurz, sorry, ich muss mal ganz kurz dazwischen raten. Also ich muss mir mal ganz kurz nochmal vorstellen, du bist oder hast mit 17, 18 Jahren, weil du in der Oberliga nicht gespielt hast. In der Landesliga nicht. Landesliga nicht gespielt hast, Landesliga, obwohl du alle auseinandergenommen hast, hast du in der Kreisliga mitgespielt. Ja, sowas. Du bist jetzt 24 Jahre alt, hast du vor fünf Jahren noch ungefähr, wie bei Pro? Ja, sechs, fünf Jahre. Noch in der Kreisliga gespielt? Ja, nur ein paar Spiele. Ein paar Spiele, ja. Es waren vier, fünf, sechs Spiele ungefähr. Okay, ich frage mich jetzt, man muss sich das mal vorstellen, also hast du zu dem Zeitpunkt noch daran geglaubt, Profi zu werden? Oder war das für dich zu diesem Zeitpunkt einfach nur, ey, ich zocke einfach nur? Ja. Und auch so, wie war es für deine Brüder, für deine Familie? Also du weißt auch, wenn ein junger Spieler, sag ich das mal auch gerade so mit Wurzeln oder so, du weißt wie ich meine, dann sind auch, die ganze Familie legt irgendwie, packt irgendwie Druck auf dich und will, dass du es schaffst und sowas. Aber, also wie war das bei dir? Also bei mir ist es gar nicht so. Also natürlich, mein großer Bruder war so der, der so mich immer unterstützt hat und immer gesagt hat, gib Gas und so, trainier hart und hat immer mit mir trainiert so. Aber mit 15, 14, ich habe nie gespielt, war nicht so gut wie die anderen in meinem Jahrgang. Da wussten alle aus meiner Familie, okay, Fußball wird es nicht so, ne, der wird wahrscheinlich einen normalen Beruf haben. Was auch nicht schlimm ist für die, also mein Vater ist der Letzte, der, selbst wenn es heute mit Fußball vorbei ist, er wird nichts, nichts Negatives zu mir sagen darüber. Und ja, dann ging es halt so weiter. Dann habe ich halt angefangen in der Landesliga zu spielen, weil ich dann besser war im Training und da habe ich jedes Spiel von Anfang an gemacht, in der Rückrunde. Dann war im Sommer so, dass ich vielleicht den Verein wechseln wollte, aber nicht höher, sondern auch in der Landesliga zum anderen Verein. Und dann kam Buxtehude, hat mir einen Vertrag hingelegt, wo ich ein bisschen Geld verdiene, weil zu dem Zeitpunkt habe ich noch kein Geld verdient mit Fußball. 17, 18 Jahre. Ja, genau. Und dann habe ich mit 18 meinen ersten Amateurvertrag unterschrieben, heißt das. Bei Buxtehude. Bei Buxtehude. Krass, okay. Für zwei Jahre war das. Wow. Ich kann auch sagen, ich habe 250 Euro im Monat verdient und ich habe nebenbei halt Schule gemacht und dann war das so ein Taschengeld für mich, weil wir haben jetzt nicht so, also meine Eltern sind jetzt nicht so reich oder so, würde ich sagen. Und das war so ein kleines Taschengeld, damit ich nicht meine Schwester oder meine Geschwister fragen muss, ob ich 10, 20 Euro kriege, so. Wenn ich damit auskomme, dann habe ich da eine Song gespielt. Hat dich da irgendjemand beraten oder irgendwas? Nein, nein, nein. Also auch den Vertrag, du dachtest bestimmt, ey, ich kriege jetzt ein bisschen Taschengeld, das ist cool und so, oder? Ja, genau. Das war auch ein Problem. Wenn ich so keinen Verein hätte, obwohl ich da einen Vertrag hatte. Überleg mal, der nimmt es in Kauf, dass du danach keinen Verein hast, Hauptsache, dass er seine Kohle bekommt, egal was es jetzt ist, dass er seinen Namen nicht schädigt. Das heißt, ich finde es geisteskrank, weil eigentlich denkst du ja im Sinne des Spielers, weißt du was ich meine? Und nicht in deinem eigenen Sinn so. Keine Ahnung, was bei ihm los war, aber das war auf jeden Fall nicht so. Aber zum Glück hatte ich einen Verein, der die Ablöse zahlt, Bamberg-Ulnus hat dann eine Ablöse gezahlt, das war Oberliga. Okay. Das waren so 1000 Euro, glaube ich so. Wir reden hier von 1000 Euro. Ja. Und dann habe ich da gespielt und das war ein sehr ambitionierter Oberligist, auch richtig Traditionsverein, so viele Zuschauer gehabt, das war so geil. Drumherum war auch gut, das war so neu für mich, weißt du, so Oberliga war... Professionell auch. War geil so zu spielen. Ja. Und dann habe ich da... Kohle? Sorry, Kohle? Ja, habe ich 300 Euro verdient. Okay. Also habe auch wieder für zwei Jahre unterschrieben, im ersten Jahr 300, im zweiten 400. Dann sind da auch richtig viele neue Spiele hingewechselt und bei mir war so, ich bin hingegangen und ich dachte, ich spiele nicht, ich werde keine Rolle spielen, es wird schwer sein. Da hatte ich auch wieder die ersten zwei Trainingsanheiten, war richtig gut, habe meine Aktion gehabt und dann habe ich von Anfang an jedes Spiel gespielt. Ja, dann kam halt Corona zum Ende der Saison hin. Ich glaube, die letzten sechs, sieben Spiele, dann war ja Fußball komplett raus und dann wollte ich unbedingt in die Regionalliga nach dem einen Jahr, aber ich hatte noch Vertrag. Also du hast auch gut gespielt dann in der Normalliga? Ja, also ich hatte... Assists und so. Ja, aber ich hatte so 13 Scorer oder so, 12, 13 Scorer so. In 25, 26 Spielen, glaube ich. 18, 19 Jahre alt warst du da, oder? Da war ich 19 dann. Ja, 19 Jahre. Okay, krass. Und dann war für mich so, okay, ich habe jetzt eine gute Saison, nicht sehr gut, aber gute Saison gespielt. Mit Vertrag. Mit Vertrag, ja. Das hat mich also immer ein bisschen schwierig, die Situation gemacht für mich. Und dann wollte ich unbedingt in die Regionalliga. Dann gab es einen Verein, der in die Regionalliga aufgestiegen ist. Also der, gegen den ich in der Oberliga gespielt habe, der dann aufgestiegen ist. Zu dem wollte ich dann gehen. Dann wurde ein Training klar gemacht, so. Aber es war halt ohne Körperkontakt nichts, so. Also es war nur Laufen, Passen, Schießen, so. Ohne Körperkontakt nichts. Dann habe ich dann mittrainiert. Eine Sache noch, also ich will den Verein nicht sagen, so. Aber der Trainer war dann auch neu. Die haben ein bisschen Geld gehabt, so. Und dann bin ich zum Training hingegangen und sage, ja, so, ich möchte mittrainieren. Und er sagt, wer bist du denn überhaupt, so. Also er wusste nicht mal, wer zum Training kommt. Da waren, glaube ich, 20 neue Spieler und er wusste nicht, wer, 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 wer ist. Dann waren nach einem, zwei Trainingseinheiten auch für mich da vorbei. Die wollten mich nicht. Die wollten dich nicht? Nee, die wollten mich nicht. Warum? Warst du nicht performt? Für die? Also für die. Was sagst du? Ich konnte nicht zeigen. Da war halt nur Passen, Laufen. Das war eine schwierige Situation. Ist ja, so kann man ja erkennen, ob jemand dann gut ist. Auch mit der Ablöse waren die auch nicht einverstanden. Also das ganze Paket hat dir nicht gepasst. Auch ich als Spieler dann nicht. Und dann bin ich zum anderen Regionalligisten gegangen. Hab da auch mit trainiert. Aber immer alles nur Probetraining, war? Immer nur Probetraining. Weil es war auch kein Verein, der mich angesprochen hat, sondern ich bin aktiv auf die Vereine gegangen. Und ich hatte keinen Berater, sondern ich hatte immer irgendwelche Leute, die da welche kannten. Und dann für mich ein gutes Wort eingelegt haben. Dann bin ich zum nächsten Regionalligisten, der nicht in Hamburg war, so ein bisschen weiter weg. Und dann war ich da beim Training auch wieder ohne Körperkontakt. Und da war so eine Ballbesitzform. Also nur passend, aber ohne Körperkontakt. Und dann schreit der Trainer aber ganz platt. Elias sagt, ich höre dich nicht. Wo bist du so? Ich trainiere überhaupt mit so. Weißt du, er hat mich direkt runtergemacht. Nach zwei Minuten oder so. Bist du ein Spieler, der so... Nee, nee, ich bin null so. Also ich bin nicht so, dass ich... Laut und so. Laut rede. Ich bin so ein Spieler, wenn ich den Ball bekomme, dann will ich zeigen, was ich kann. Aber ich bin kein Spieler, der über Reden kommt und sagt, ich schieb da hin, schieb da hin. Also einfach eher ruhiger. Ja, ja, genau. Okay. Und dann wusste ich da auch, okay, wett nichts. Okay. Dann bin ich zum nächsten Regionalligisten gegangen. Alter, du bist von den Regionalligisten zum Regionalligisten? Also ich habe bei drei Regionalligisten in dem Sommer trainiert. Okay. Und der wollte mich auch nicht haben. Also ganz kurz knapp. Dritter auch nicht. Dritter auch nicht. Und dann bin ich bei BO geblieben. Hatte ja sowieso noch Vertrag. Dann haben wir fünf, sechs Spiele gehabt. Neue Saison. Ja, neue Saison. Dann kam wieder Corona. Und in den fünf, sechs Spielen hatten wir ein Pokalspiel. OZ-Pokal, also Hamburger Pokal, Halbfinale oder Viertelfinale war das. Und dann habe ich ganz gut gespielt. Also hatte echt einen sehr, sehr guten Tag. Habe sehr gut gespielt. Und gegen SASE war das. Und dann kam Eintracht Nordrstedt. Boah, die kennt man. Ja, ja. Jetzt immer noch Regionalliga, oder? Ja, genau. Und da habe ich danach auch gespielt. Also die sind dann auf mich zugekommen und meinten, dass sie das sehr gut fanden und mich gerne zum zweiwöchigen Probetraining einladen wollen. Also das erste Mal, dass jetzt mal ein Verein auf dich zukommt? Genau. Auch noch Regionalliga? Auch noch Regionalliga. Okay. Aber auch wieder Probetraining so. Ach so, stimmt. Also nicht jetzt, ja, ey, ich bin nicht so krass, wir wollen dich haben, sondern Probetraining. Ja, komm, erst mal her. Und dann habe ich da mit trainiert. Und das war so eine ganz andere Stimmung. Die waren so offen, weißt du? So die Spieler auch. Weil bei einem anderen Verein, die haben mir nicht zugepasst. Die dachten sich, wer kommt da so, weißt du? Und dann bin ich da hin. Und dann habe ich gut trainiert. Die Spieler sind auch auf mich zugekommen. Meinten, ey, geiler Kicker und so. So was brauchen wir? Dann kam der Trainer nach zwei Wochen und meinte, ey, wir finden dich gut, wir wollen dich gerne verpflichten. Und dann hatte ich danach Gespräch mit dem Prisi, der so das Finanzielle ein bisschen macht so. Und er meinte, ja, also ich mag ihn wirklich sehr. Also wir haben jetzt ein sehr gutes Verhältnis, aber zu dem Zeitpunkt war er ein bisschen schwierig zu mir. Und meinte so, okay, die Trainer wollen dich haben. Ich biete dir einen Zwei-Jahres-Vertrag an. Erstes Jahr spielst du nicht, sag ich dir jetzt schon, weil du nicht gut genug bist. Und das zweite Jahr könntest du eventuell spielen. Ich schlage immer bei so einen Sachen, wirklich. Ich will jetzt nichts gegen den Manager, also gegen den Präsidenten sagen. Ich weiß nicht, ob er was mit dem Fußball zu tun hat oder nicht. Aber ich sage, genau so eine Position in einem Verein muss jemand machen, der selber Fußball gespielt hat, der ein bisschen in diesem Ding drin ist und ein bisschen Ahnung hat. Aber wie kann man so eine Aussage tätigen mit, du kommst, du spielst komplett die erste Saison nicht? Also ich glaube, ich muss sagen, er hat Ahnung, er hat auch Fußball gespielt, aber ich glaube, er hat das nur gemacht, damit ich finanziell nicht so hoch anfange. Ah, okay, sorry. Und dann habe ich da 650 Euro im Monat verdient. Also mit Prämien bin ich dann mal auf 1.000 Euro gekommen, so ungefähr war so ein Monat. Und dann habe ich da auch wieder für zwei Jahre unterschrieben. Da war auch wieder so, natürlich beweisen, du kommst aus der Oberliga so. Ich hätte auch nicht mehr, die hätten mir auch 300 Euro geben können. Ich hätte da unterschrieben, so weißt du, ich wollte einfach Regionalliga spielen. Ja, habe ich auch direkt vom ersten Tag an immer gespielt. Die Trainer waren top zu mir, waren so. Ich mag solche Trainer, die so Spieler wie mich erst mal mögen, so Eins-gegen-eins-Spieler und die mich so anschreien. Aber ich weiß, die meinen es gut so. Ja, die meinen es gut so. Die wollen nur mehr aus sich herausholen. Die wissen, ich kann mehr, als ich gerade zeige. So ein Trainer war das auf jeden Fall. Ich wollte auch für mich, also das war dann so der Zeitpunkt, wo ich für mich beweisen wollte, okay, kann ich Regionalliga spielen? Und wenn ich gut Regionalliga spiele, kann ich auch höher spielen. Dann kannst du auch genau. Kann ich auch höher spielen. Also das war so der Wendepunkt für mich oder was? Ja, das war so der Wendepunkt, dass ich in Profifußball kommen will. Also jetzt nicht 2. Liga oder 1. Liga, sondern Regionalliga, 3. Liga. 20, 21 Jahre alt bist du jetzt da gewesen. Da war ich 21. Ich bin so verblüfft, wie das von dir einfach von Step zu Step zu Step und du bist einfach 21 Jahre alt, du spielst immer noch Regionalliga. Das ist ja nicht lange her. Ja, ja. Und dann habe ich da angefangen zu spielen. Jedes Spiel, die Trainer haben auf mich gesetzt, ich habe eine solide Saison gespielt. Und für mich war auch wichtig, du spielst dann ja gegen HSV U21, St. Pauli U21, also gegen die Nachwurfsleistungszentren und die zweiten Mannschaften. Und das sind ja so Jungprofis, so könnte man sagen, so ein paar Profi-Verträge. Und ich wollte einfach für mich wissen, kann ich es gegen die schaffen, so bin ich gut genug, um bei denen vorbeizukommen. Und dann lief es auch gut. Ich habe gute Spiele gegen die gemacht und dann war für mich so, okay, ich bin besser als die und ich will diesen Profi-Vertrag haben, weißt du. Dann habe ich eine Saison gespielt, hatte glaube ich 12 Scorer oder so. In der Regionalliga. Ja, in der Regionalliga, ja. Und dann hatte ich halt mein zweites Jahr und das war so, du musst auch wissen, zu dem Zeitpunkt habe ich nebenbei meine Ausbildung gemacht zum großen Auslandskaufmann und habe die genau beendet, als mein zweites Vertragsjahr bei Norderstedt begonnen hat. Also da war ich 1, 21 oder 22? 22 war ich, da habe ich meine Ausbildung beendet. Und dann habe ich nur Fußball gespielt, das erste Mal in meinem Leben so nur Fußball und nicht gearbeitet. Stimmt, du hast die ganze Zeit also nebenbei noch gearbeitet? Meine Ausbildung gemacht, ja genau. Crazy. Ich habe ja noch zu Hause gelebt, deswegen konnte ich es mir leisten. Und dann ging das zweite Jahr los und wir haben einen neuen Trainer gehabt. Der Co-Trainer wurde Trainer und er hat ein neues Trainerteam gemacht. Und da war ein Co-Trainer, der bei Pauli so eine Art Legende ist, der lange da gespielt hat. Marius Ebbers heißt der. Und ich bin allen Trainern sehr dankbar. Aber ihn speziell. Ihn und auch die anderen beiden vorher bei Norderstedt bin ich unnormal dankbar. Und er, ich weiß noch, wir hatten ein Trainingslager und da war das erste Gespräch, was wir miteinander hatten, so persönlich. Alle gehen so nach dem Training rein und er sagt, Elias, bleib mal bitte hier so. Und ich so, okay, was wollen wir jetzt von mir so? Und er meinte so, ja, ich feiere dich so, du bist ein geiler Spieler so, deine Art brauchen wir, du kannst Spieler entscheiden und sowas. Und wir alle stehen hinter dir, damit du es weißt. Und er meinte, ich bin richtig gut im Austausch mit dem FC St. Pauli, mit dem Trainer. Richtig geil. Ich kriege Gänsehaut, ich führe. Ich führe es ja. Weil ich überlege gerade so, ein Junge, der die ganze Zeit nicht mehr hoch gespielt hat, vor ein paar Jahren Kreisliga und Landesliga und dann Oberliga. Und dann ist da jemand in der Regionalliga, der dir sowas sagt, das ist ja auch für einen jungen Mann, der fußballambitioniert ist, der dann erstmal denkt, okay, ey, krass, so. Ja, ja. Weißt du, oder? Ich kriege Gänsehaut, ich führe. Ja, ich auch, wenn ich das wieder erzähle. Also er meinte zu mir einfach so, arbeite hart, trainier hart, wir glauben alle an dich und ich bin jeden Tag am Austausch mit dem und den Rest mache ich so, ne? Und dann war für mich so, boah, krass und so. So, ich jetzt, so, ich habe nicht mehr gearbeitet, ich hatte Zeit. Das heißt, ich habe vor dem Training trainiert, manchmal nach dem Training. Aber ich habe viel mehr gemacht. Vorher habe ich halt nie was gemacht. Ich war nie im Gym. Ab und zu mal joggen gegangen. Aber da war so die Zeit. Ich habe richtig Gas gegeben. Und das hat sich dann auch im Spiel so gezeigt. Ich hatte nach der Hinrunde irgendwie 13, 12 Tore oder so, 11 Tore so in der Regionalliga. Hab jedes Spiel getroffen. Ich war so im Flow. So, ich gehe zum Spiel und ich wusste, ich treffe heute. Ich habe gar nicht so nachgedacht. Weißt du? Auch Standing, mich mit in der Mannschaft, ganz anders. Ja, also die haben mir die Bälle gespielt und wussten, ich mache irgendwas. Krass. Und ich habe auch sehr von der Mannschaft profitiert dann. Und dann so nach dem, du musst es wissen, ich habe was vergessen. So, im zweiten Jahr bei Norderstedt, im ersten Jahr bei Norderstedt, habe ich einen Berater bekommen. Meinen ersten Berater. Ah, ganz wichtiger Punkt. Ja, genau. Ich habe meinen ersten Berater gehabt. Im Nachhinein kompletter Quatsch, so sage ich. Okay. Genau wie du es sagst, der sich gar nicht mit Fußball auskennt. Ich hatte mal ein Spiel, wo ich zwei Tore mache. Er kommt zu mir und sagt, was machst du da so? Also, das war falsch, das war falsch. Und ich war so glücklich über das Spiel, dass ich gewonnen habe, ein Tor gemacht. Und er holt direkt wieder so. Jeder, der mich kennt, weiß, ich bin der kritischste Mensch zu mir selber. Also, ich habe spiellich Treff und ich bin richtig sauer, weil ich scheiße gespielt habe. Ich habe halt mit ihm so gearbeitet erst mal und dann nach ein paar Spielen in der Saison dann, wo wir halt das neue Trainerteam hatten, wo ich richtig im Flow war. Ich hatte in einem Spiel dann so drei Scorer gemacht. Und dann hat er mich angerufen und meinte, ja, Osnabrück hat das Spiel gesehen. Das war dritte Liga und man konnte noch ein paar Wochen wechseln. Ich glaube, eine Woche oder so. Und er meinte, ja, die finden dich ganz interessant. So, was hältst du davon? Und ich so, ja, normal, direkt so. Ich will Profi werden, dritte Liga und so. Ich mache das, geiler Verein und so. Und dann hat er zu mir so gesagt, ja, Elias, für mich bist du noch kein Drittliga. Spieler, so, ähm, 100 Prozent. Er sagt zu mir, du bist noch kein Drittligaspieler. Guck mal, wer da auf der... Hat er mir irgendeinen Namen gesagt? Und ich habe zu ihm am Telefon gesagt, ich sage, guck mal, mir ist es egal, wer da spielt. Ich kenne mich, ich werde mich durchsetzen, so, ne? Und er hat dann so gesagt, Elias, du bist noch nicht auf dem Niveau, zieh noch die Saison durch, ne? Hä, warte mal. Er kommt auf sich zu. Er sagt dir, Osnabrück hat zugeschaut und die finden dich gut. Dann fragt er dich und dann sagst du, ja, safe und so, weil du einfach Profi werden willst. Ja, genau. Drittliga ist ja Profi. Und dann sagt er, du bist nicht so weit, oder was? Ja, also er hat einfach nicht an mich geglaubt. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, ich will nichts mehr mit den Menschen zusammenarbeiten. Weil ein Berater, der nicht an mich glaubt, macht gar keinen Sinn. Wie kamst du zu ihm, ganz kurz nochmal? Einfach angesprochen? Ja, genau. Also die Agentur hat mich dann angesprochen und ich kannte einen, der da gearbeitet hat. Und dann dachte ich, okay, wird gut, aber die haben mir einen gegeben, mit dem ich noch nie was zu tun hatte. Okay, okay. Und dann hatte ich halt ein paar Monate keinen mehr, habe aber trotzdem jedes Spiel getroffen, getroffen, getroffen. Habe ich gegen Holstein Kiel gespielt, U23, habe da so ein Solo-Tor gemacht, so ein paar ausgeformte Tore gemacht und dann kam der vom Vorstand einer zu mir. Von Kiel? Von Kiel, ja. Und meinte, ey, geiler Kicker und so, ich werde alles dafür geben, dass du zu Holstein Kiel kommst. Krass. Also richtig, richtig korrekter Mensch, wirklich, so ein älterer Herr, so. Und er meinte, er hat mich jede Woche angerufen, hat mir so jedem Spiel gratuliert, wenn ich getroffen habe und so. Und hat immer gesagt, ich gebe alles, damit du hierher kommst, so, ne. Und das war der erste. Aber für die Erste? Ja, für die Erste, für die Profis. Und er hat dann halt alle versucht, die zu überreden, so, ne, den Chef-Scout, den Trainer, aber niemand war seiner Meinung. Wow. Also er war der Einzige. Krass. Er war der Einzige. Und das war so der erste Kontakt zu einem Profiverein, sage ich mal. Und dann hatte ich halt meinen jetzigen Berater kennengelernt, den kannte ich auch schon vorher, das ist der Sohn von meinem damaligen Trainer, so. Und ich wollte das damals nicht machen, weil ich nicht einen Berater haben wollte, der der Sohn von meinem Trainer ist, weil das ein bisschen komisch ist, denke ich so. Und dann war er halt nicht mehr mein Trainer, dann habe ich ihn, haben wir beide das zusammen gemacht und er war halt, obwohl ich ihn abgesagt habe, hat er mir zu jedem Spiel auch gratuliert und hat geschrieben, was ich besser machen kann, hat mich angerufen. Also wir hatten trotzdem so einen guten Austausch miteinander, obwohl ich sozusagen abgesagt habe. Und das habe ich richtig geschätzt. Und dann wusste ich im Nachhinein, okay, mit ihm wirst du, er ist der Richtige für mich so, ne? Und dann kam halt der zweite Verein, Nürnberg war dann auch im Gespräch. Alter, du hast in der Regionalliga und ich wusste es gar nicht, dass so, wenn du in der Regionalliga so performst, dass auch so Zweitligamannschaften so auch, also mir wurde ja dann ein bisschen mehr, ne? Ja. Also ich glaube, bei mir ist es so, weil ich diese Spielart habe, die nicht so oft ist, so dieses Eins gegen Eins, dieses Dribbling. Genau, diese Spiele liebe ich auch. Ja, und ich glaube, weil es so wenig gerade im Pro-Fußball ist, dann gucken die halt mal in die unteren Ligen. Und da war halt eine Zeit, wo ich halt abgeliefert habe, so jedes Spiel. Und dann hatte ich halt mit Nürnberg auch mal ein Gespräch, die sind nach Hamburg gekommen. Die sind sogar hergekommen zum Gespräch und so. Also der sportliche Leiter, glaube ich, war da mit meinem jetzigen Berater. War Gänsehaut für mich, ne? So, auf einmal sitzt du da mit solchen Menschen an einem Tisch, so, ne? Dann ging es weiter, dann kam noch Paderborn auch dazu. Krass. Du musst mal erklären, wie hast du dich da gefühlt in dem Moment? Zweitligamannschaften wollen dich haben, stellen sich vor. Also war krass. Versuch mal so ein bisschen so zu beschreiben. Vorher irgendwie nie richtig professionell und auf einmal mit 21, 22 dann auf einmal, die das besser schmeine. Ja, also das war, ich habe mich normal richtig gefreut, so, wenn mein Berater sagt, guck mal, der Verein finde ich interessant, so. Aber es war auch so, Angst auch ein bisschen, weil ich wusste, ich muss jedes Spiel jetzt weiter performen, sonst werden die mich niemals weiter interessant finden, weil bevor die ein Spiel aus der vierten Liga holen, muss schon alles passen, so. Und dann ist Paderborn auch nach Hamburg gekommen, hat sich ein Spiel von mir angeguckt, habe danach auch mit dem Scout so gequatscht und sowas. Aber es war nie so, dass der Verein gesagt hat, wir holen dich 100 Prozent, ne? Also das war immer so, so ein kleines Kennenlernen, die finden mich interessant, sowas. Aber weiter gucken, wie es weitergeht. Ja, genau. Zum Beispiel Paderborn und Nürnberg war halt so, ich hatte halt Vertrag, die meinten, für den Winter würden die mich niemals holen, weil die Ablöse zu hoch ist. Eine Sache im Sommer, waren auch ein paar Vereine interessiert, zum Beispiel St. Pauli U23, also bevor ich diesen guten Saisonstart hatte, war St. Pauli U23 interessiert und ich wollte das unbedingt machen und da wollte Norderstedt halt auch eine Ablöse haben und dann hat es nicht geklappt. Also im Sommer wollte U23 St. Pauli mich, hat nicht geklappt und dann im Winter ging es dann so weiter, dann war halt Paderborn auch im Gespräch und dann kam... Ganz kurz, sorry, haben Sie es die anderen mitbekommen? Nein, nein. Also keiner hat es mitbekommen? Nein, also mein Trainer hat es mitbekommen, mein Trainer wusste es. Okay, aber er hat es nicht nach außen gebracht, kein anderer Spieler, Familie wusste es aber. Wie sind die damit umgegangen? Mein Vater hat sich gefreut, also er war zu dem Zeitpunkt in Tunesien, er war nicht in Hamburg, sonst, aber er war immer so, krass und so, freut mich und so und ich hoffe es klappt so. Ich habe immer zu ihm gesagt, Baba ist so sehr, sehr, sehr wenig dran so bisher so, ne? Also red jetzt nicht rum so, dass ich jetzt zu Pauli oder Paderborn wechsel oder so, sondern ist noch nichts dran und dann kam halt St. Pauli halt auch, ja, habe ich mich dann einmal mit denen zusammengesetzt, am Millern-Tor, also im Stadion haben wir uns getroffen, das war wirklich brutal, also Trainer, Vorstand, mein Berater, ich und dann sitzt du so in dieser Lounge, guckst auf den Fußballplatz und denkst dir, krank, also ich spiele hier gerade vor 200 Zuschauern in der Regionalliga, auf einmal sehe ich sowas und dann haben die gesagt, dass sie mich sehr gut finden, dass sie mich weiter beobachten und wollten mich so kennenlernen, was für ein Typ ich bin, weil ob es auch persönlich passt, nicht nur fußballerisch, aber das war September erst, da waren halt noch so sechs, sieben Spiele bis zum Winter, ne? Oh, du wusstest, du musst weiter performen. Ja, genau, ich wusste, wenn ich ein Scheißspiel habe, bin ich wieder raus und dann hatte ich weiter getroffen, gut gespielt, dann hatte ich ein Spiel, wo Nürnberg zugucken kam, Dieter Hecking kam, extra zugucken, gegen Havelsee, weiß ich noch und das war mein schlechtestes Spiel überhaupt. Und dann, danach war Nürnberg halt raus, die wollten mich nicht mehr haben, nach dem Spiel kam nichts mehr und dann war halt bei Pauli das Problem wegen der Ablösesumme, also es wurde sehr lange diskutiert, wie viel Nürnberg steht vor Ort. Ah, da wollte dieser Pauli ich wirklich noch haben, oder was? Nee, also die haben nur so mal angetestet, wie teuer ist der Spieler überhaupt, weißt du, bevor die so. Und dann war halt eine Riesensumme auf einmal, also 100.000, 125.000 so dazwischen. Ja, ist schon für eine Regionalligaspieler viel und ich hatte halt nur noch ein halbes Jahr Vertrag, die hätten ein halbes Jahr warten können, dann wäre ich halt umsonst. Dann gab es noch ein Problem, Pauli war halt sehr, sehr nicht gut in dem Zeitpunkt. Finanziell meinst du selbst? Nee, 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 sportlich. Okay. Die waren einen Platz vorm Abstieg, also da war halt auch Diskussion, ob Trainer fliegt oder nicht. Und dann hat sich das richtig in die Länge gezogen, bis vor zwei, drei Wochen vorm letzten Spieltag dann. Und ich hab, du musst dir vorstellen, ich hab jede Woche den Präsi angerufen und meinte, bitte lass mich gehen. Du? Achso, dein eigener Präsi? Ja, mein eigener Präsi von Norderstedt. Ich meinte, bitte, ich will Profi werden, das ist so eine krasse Chance für mich und bitte tu mir deinen Gefallen und so. Wenn die nur 50.000 zahlen kann, bitte mach das für mich und ich krieg das irgendwie hin und irgendwann mal kriegst du dein Geld oder so. So, ich wollte unbedingt Profi werden. Weil er meinte halt zu mir, guck mal Elias, ich kann dich nicht für so wenig Geld gehen lassen. Er meinte, mit dir gewinnen wir eher die Chance, den Hamburger Pokal zu gewinnen und wenn du Hamburger Pokal gewinnst, kriegst du halt viel Geld. Mhm. Und er meinte, ohne dich sinkt die Chance. Und dann hatten wir Viertelfinale, Pokalspiel und wir haben verloren. Oh. Und ich stand noch auf dem Platz. Oh. Also ich hab geschwielt. Okay. Und wenn er das Geld fordert, dann ist es meine Schuld im Endeffekt, weil ich so lange unterschrieben habe. Aber er ist ein Mensch, er hätte alles dafür getan, dass ich da auch hingehe. Also ich schätze ihn auch sehr. Und er hat auch bei Pauli mal gearbeitet. Also ich glaub, er war auch mal Präsi oder Vorstand so. Und dann war er halt die ganze Zeit im Austausch und dann hat er mich eine Woche vorher angerufen, bevor das offiziell wurde und meinte, jo, wir konnten uns einigen und Glückwunsch, du wirst zu St. Pauli wechseln. Krass. Und ich, Digga, ich bin durchgedreht. Ich schwör's dir, ich bin durchgedreht, bin rumgelaufen, er meinte, aber bitte behalte das für dich und so. Ja. Und er meinte, das darf niemand noch wissen, erst in einer Woche wird es öffentlich gemacht und er meinte, du hast noch ein Spiel bei uns. Ähm, am 3. Dezember war das und ab 4. Dezember war dann Trainingsstart bei St. Pauli. Oder 5. oder 6. Irgendwie so. Ich hatte ein paar Tage frei. Geistkrank. Und dann meinte, du willst noch ein Spiel bei uns haben und danach ist das Verhältnis zwischen uns so vorbei, ne? Und ich hab mich natürlich bedankt und alles Mögliche und hab meine Eltern angerufen und alles Mögliche. Wie war das? Erzähl mal. Er war geistkrank. Ich hab meinen Vater angerufen, er konnte es selber nicht glauben. Er wusste gar nicht, was das heißt, bei St. Pauli Profi zu sein. Ja bestimmt auch, aber es hilft dann auch gutes Geld und so, ne? Ja, also damit leben können auf jeden Fall und die Familie unterstützen und dann hab ich halt den Plan bekommen, Medizinscheck, nach dem Medizinscheck, Unterschrift, dann hab ich meine Eltern mitgenommen, zum Medizinscheck und zur Unterschrift so, damit die das so dabei sind. Medizinscheck gemacht, Unterschrift gemacht und dann unterschrieben und dann bin ich rausgegangen. Und ich war, weil ich hab's auch dann niemandem gesagt, weil ich wollte niemandem was sagen. Chef, ich sagte, ich unterschreibe auf einmal Medizinscheck, ich komm nicht durch oder St. Pauli überlegt sich dann was anderes oder so. Deswegen hab ich's niemandem gesagt, außer zwei, drei Freunde und meine Familie. Hab ich unterschrieben und dann hab ich jeden Anruf, jeden geschrieben. Ja, genau so. Durchgedreht. Hab mich so krank gefreut. Meine Eltern waren auch noch mal schnell. Überleg mal von drei, vier Jahren vorher noch Oberliga oder sowas. Ja. Regionalliga? Einfach zweite Liga? Ich komm auch nicht. Ich selber komm nicht. Wenn ich das höre, ich krieg auch gehen und denk so, krass. Und dann hab ich halt unterschrieben. Das war so 14, 15 Uhr und dann hatte ich halt Training noch bei Nordstedt, also Abschusstraining war vor dem Spiel. Und ich wollte es halt der Mannschaft dann auch sagen, aber St. Pauli hat's öffentlich gemacht, bevor ich's der Mannschaft gesagt habe. Und ich hab's niemandem gesagt. So, dann komm ich in die Kabine, auf einmal alle sind an mir Handy und sehen, dass ich zu Pauli wegwechsel bin. Und alle so Glückwunsch, krass und so. Geil, ja. Und dann hab ich das natürlich gesagt, dass ich's nicht vorher sagen konnte, dass ich eben erst unterschrieben hab. Hatte ich mein letztes Spiel, war auch gut und dann paar Tage frei gehabt und dann ging's. Wussten die schon, dass du so im Raum stehst, zurück sind? Ja. Also ich sag so, die Hälfte hat schon, also da gab's viele Speckling. Die Wochen, bevor ich unterschrieben hab, das war der Horror. Ich konnte nicht schlafen. Echt, ja? Weil ich dachte, bitte, bitte, klappt das. Soll alles durchgehen. Ja, bitte klappt alles, so finanziell zwischen denen und das und dies. Aber dann hat alles geklappt und wurde es öffentlich gemacht. Und St. Pauli war halt ein Platz vorm Abstieg. Und bestimmt alle Fans, wie könnt ihr den holen und so, wa? Und das war halt, ich war der erste Wintertransfer. Och. Und dann waren halt ein paar Kommentare da so. Ich war natürlich, ich war richtig gehypt. Ich denk mir, boah, ich bin jetzt Profi und ich werd alles geben, ich werd rasieren und sowas. Und dann Kommentare siehst du und die Hälfte Kommentare waren halt gegen mich so, ne? Mhm. Von den Fans von Pauli. Ja, ja. Aber so als neutraler Betrachter versteh ich das. Ich bin ein Fan von einem Verein, der ist grad nicht gut. Und du holst einen Regionalligaspieler. Du holst einen Regionalligaspieler. Und dann sind da Kommentare wie, die planen schon für die dritte Liga so, weißt du? Ja, ja. Ist ein bisschen hart, ja. Versteh ich, okay. Weißt du? Aber es war so, ich hab ein paar geguckt und dann dachte ich mir, ach scheiß drauf, so ich mach mein Ding. Und das hat mir auch so ein bisschen so Kraft gegeben, damit ich denen beweise, die nicht daran glauben, dass ich's kann, so, ne? Krass. Ganz kurz mal. Für jeden da draußen, ich sag's schon mal jetzt und ich werd's auch später nochmal sagen. Elias ist für mich, eigentlich sagt man das zum Schluss, aber ich muss es einfach jetzt sagen, für mich das beste Beispiel, egal wie alt du bist, ob du 20 Jahre alt bist, ob du 21 Jahre alt bist, ob du 22 Jahre alt bist, selbst dann nur in der Regionalliga oder Oberliga spielst, man kann es mit jedem Alter noch irgendwie schaffen, wenn man dran glaubt und hart arbeitet. Ja. Natürlich, Glück gehört auch dazu. Ja, genau. Brauch man nicht, du musst zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort sein, aber das ist crazy, ey. Ja. Also, hat sich viel verändert für dich, dein Leben, muss sich ja selbst geändert haben, aber erzählst du jetzt bitte, oder? Ja, also dann ging's halt los, morgens Training, davor hatte ich mein Leben lang nur Nachmittagstraining, Abendstraining, so. War auch eine Umstellung, ich weiß noch, erster Tag, 9.30 Uhr treffen, ich glaub ich war 8.30 Uhr da, weil ich so aufgeregt war, so, ne? Und da war auch noch eine Sache so, ich komm, also du musst dich vorstellen, das Trainingsgelände, ähm, du gehst rein und dann links ist Profis und rechts ist U23. Und dann komm ich rein, ich war so der Erste so, und ich denk mir, okay, ich hab Profivertrag unterschrieben, ich zieh mich bei den Profis um, so, in der Profikabine hab ich so einen Platz oder so. Und dann kam einer zu mir und meinte so, ja, die U23-Spieler gehen rechts rum, du hast da deine Kabine, so. Also ich war kein U23-Spieler, aber ich war ein Profi, der unter 23 war, ich war 22 zu dem Zeitpunkt. Und dann hat er halt, hat er halt einfach gesagt, du musst dich da umziehen. Und dann war das so für mich, alles ging grad bergauf. Und dann war der erste Schlag, okay, du bist gar kein Profi, so, du musst noch hart arbeiten, um dir überhaupt, dich da umzuziehen, wo die Profi... Aber es war Profi, du hast einen Profivertrag gehabt? Ich hab einen Profivertrag. Hättest du eigentlich auch... Ja, aber die hatten halt einfach keinen Spinn für mich, so. Dann war für mich erstmal so, ich bin wieder auf den Boden gekommen, so, wieder klargekommen, war dann da und dann, so als neuer Spieler ist es natürlich schwierig, so, du, die ganzen Spieler ziehen sich da um, du kannst gar nicht so vor dem Training, nach dem Training mit denen reden, so. Du gehst nur auf den Platz, trainierst und dann gehst du wieder in deine Kabine, gehst duschen, so. Zwei Monate hab ich mich da umgezogen, eineinhalb Monate so, bis ich dann erstmal den Platz da bekommen hab. Dann hatten wir halt auch Trainingslager, Testspiele, das war halt so meine erste Vorbereitung mit Profis, war halt auch nochmal anstrengend, intensiv. Ehrlich, also direkt so, kompletter Unterschied. Also ich hab gemerkt, ich bin zum Training gegangen, jeden Tag Mittagsschlaf gemacht. Nach jedem Training, ich war so tot, bin in mein Bett gefallen geschlafen. Wirklich, ja? Ja, jeden Tag. Das war geistkrank für mich. Wie haben die dich aufgenommen auch? Wie waren die zu dir? Die wollten gucken, was ich kann, so, weißt du was ich meine? Ob er gut ist, so, ne? Weil bei denen lief's ja auch nicht, dann gab's noch einen Trainerwechsel, genau wo ich gekommen bin, ist ein anderer Trainer gekommen. Ach, das passiert dann auch, ne? Okay. Dann war halt für alle viel neu, ne? Weil ein neuer Trainer da ist, eine neue Idee und so. Also er war halt Co-Trainer vorher, aber natürlich bringt er dann seine Ideen rein. Ich wurde eigentlich gut aufgenommen, aber immer so mit Bedacht, okay, kann er uns helfen, kann er uns nicht helfen, so, weißt du? Trainingslager, die ersten Testspiele gemacht, hab gut trainiert, gut gespielt. Ich war halt auch voll im Push, so, ne? Du kommst, unterschreibst deinen Erstbruchvertrag, du bist heiß, so. Ja. Und dann gab's halt den ersten Dämpfer, so, erstes Testspiel gehabt, also letztes Testspiel vor dem Punktspielstart, Rückrunde. Das war ein Millern-Tor und da waren 30, 40 Jungs von mir, alle meine Kollegen sind gekommen, äh, Familie und ich war 90 Minuten nur auf der Bank, so, ne? Aber du warst im Kader? Ja, ich war im Kader. Aber du warst im Kader? Aber jeder war im Kader beim Testspiel, ne? Ach so, Testspiel? Das war Testspiel, Testspiel vor dem Punktspiel. Verstehe, sorry. Und dann kam das erste Punktspiel gegen Nürnberg und dann war für mich klar, wenn ich schon da keine Minute spiele, wird's eng für mich in den Kader zu kommen, so, ne? Und dann war's halt auch so, ich war nicht dabei, hab bei der U23 wieder gespielt, also in der Regionalliga, wo ich vorher gespielt hab. Mhm. Und dann war für mich voll der Bruch, so, mental für den Kopf und so. Dann hab ich erst gecheckt, okay, was heißt für ein Profi zu sein, weißt du, so, es geht nicht nur alles hoch, 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 wie die letzten Monate, Jahre, sondern auch runter, so. Und dann war für mich auch, ich war vom Kopf her einfach kein Profi. Ich hab mich mit vielen anderen Sachen beschäftigt. Echt? Ja, weil ich so, weil ich gar keine Chance gesehen hab, dass ich überhaupt spielen kann, so im Kader bin, weil es dann die nächsten Tage immer so war, die nächsten Wochen. Zum Beispiel beim Abschlusstraining, 11 gegen 11, A gegen B11, ich war nicht dabei, ich war... Du warst nicht mal im Spiel gegeneinander dabei. Nee, nee, nee. Ich war der 23. Mann oder so und hab draußen meine Übungen gemacht mit dem Athletiktrainer, so, ne? Okay, krass. Und dann kriegst du natürlich Frust in dir, bist zu Hause, denkst nach, was passiert hier, warum... Das macht man auch falsch. Ja, also, ne? Bin ich halt auch öfters zum Trainer gegangen und meinte, woran kann ich mich verbessern? Hast du aber gemacht? Ja, hab ich gemacht. Das Training hast du? Ja. Okay, krass. Also, ich hab nochmal das Gespräch gesucht, hab gefragt, warum bin ich diesmal nicht im Kader, was kann ich besser machen, hat er mir genug Punkte gesandt, wo ich noch... Ja? Zurecht auch? Ja, ja, zurecht, 100% zurecht. Defensiv war ich null, gar nicht, taktisch auch nicht, körperlich war ich auch nicht da. Mhm. Also, es waren genug Punkte, wo ich dran arbeiten konnte, aber weil ich so im Frust war, hab ich gar nicht angefangen, das zu verbessern. Du hast gar nicht so... Okay, ja, ja. Ich hab einfach gedacht, es kann nicht besser werden. Ich bin jeden Tag rausgegangen mit meinen Kollegen, anstatt nach dem Training zu trainieren. Echt? Obwohl du Profi geworden bist? Obwohl ich Profi war. Ich hab meinen ersten Profi-Vertrag. Würdest du sagen, das war so ein bisschen auch, in Anführungsstrichen, in der ersten Zeit Arroganz, dass du dachtest so, ich bin jetzt Profi geworden und jetzt chill ich erstmal so ein bisschen, also nicht chillen, sondern so... Ja, es war so, ich hab mich auf diesen Profi-Vertrag ausgeruht, würde ich sagen. Weißt du, was ich meine? So wollte ich's formulieren. Arrogan war ich nicht, aber ich war so dieses, ich hab Profi-Vertrag, ich trainiere hier und... Und kommt schon irgendwie mit. Ja, kommt schon irgendwie so, ne? Und dann hab ich auch richtig scheiße trainiert, also weil es so war, weil ich richtig schlecht drauf war, ich wollte nicht allein zu Hause sein, weil ich dann anfange nachzudenken, wie das ist. War ich jeden Tag draußen mit meinen Kollegen, Essen, das, dies. Bin dann abends nach Hause gekommen, schlafen, wieder zum Training. Und hab nicht einmal, war ich im Kraftraum, weißt du? Okay. Und das ging dann so einen Monat und dann waren die Trainer halt auch unzufrieden mit mir, ne? Weil ich nicht gut trainiere, nichts für mich mache. Und dann gab's so einen Switch so langsam in meinem Kopf, so, ne? Du musst jetzt trotzdem noch mal mehr, oder? Ja, so, Digga, das geht so nicht weiter und meine Kollegen haben auch auf mich eingeredet und meinten, ey, du kannst dich jetzt nicht drauf ausruhen, so, ne? Du musst mehr arbeiten in dir, so. Und dann hab ich selbst reflektiert und meinte, okay, ich kann das verändern, was gerade ist. Und dann bin ich dreimal die Woche im Kraftraum. Ich wusste, ich spiele sowieso nicht, also kann ich viel mehr machen. Und ich muss ja auch viel mehr machen, weil die andere ja viel Vorsprung haben als ich. Weil ich im Kraftraum hab nach dem Training meine 1 gegen 1, reinziehen, so ein langes Eck schießen und so, hab meine Sachen so gemacht, die ich gut kann, besser machen kann. Und dann hab ich viel besser trainiert und im Kopf bin ich reifer geworden, so dieses, ich dachte mir, guck mal, schlimmer als jetzt kann's gar nicht sein. Also ich war auch im Training richtig aufgeregt, hatte kein Selbstvertrauen mehr, hab keine Dribblings gesucht. Und dann dachte ich, guck mal, schlimmer kann's nicht sein, wenn ich jetzt einen Ball verliere, was soll passieren, so. Ganz kurz, weil ich bekomme es so oft immer mit, dass mich so viele junge Spieler fragen, Bila, hast du einen Rat für uns oder für mich, wenn es grad mal nicht läuft, man ist in einem Tief, mehr Selbstbewusstsein auf dem Platz. Echt, genau das, was du grad gesagt hast, sag ich auch immer. Fußball ist auch ein Tagesgeschäft, es läuft eine Woche gut. Selbst wenn du Scheiße spielst, was passiert dann? Du hast Scheiße spielst, fertig aus, die Welt geht nicht unter. Du hast nächste Woche wieder die Chance zu spielen. Und wenn es sogar noch 5 Mal schlecht läuft, der Switch wird irgendwann kommen. Also man darf niemals aufgeben, man muss einfach Spaß haben am Fußball. Weißt du was ich meine? Weil wenn du deinen Kopf dann in den Sand steckst und sagst, ja, ich habe Scheiße gespielt und ist vorbei, nee, das macht keinen Sinn. Ja, und die Jungs, wie du das ansprichst, die denken so, jemand kann dir helfen, dieses Selbstvertrauen zu kriegen. Das ist alles so im Kopf, entweder machst du es oder nicht. Und bei mir war dann so, ich dachte mir, schlimmer kann es nicht sein. Ich gebe jetzt einfach das, was ich kann. Ich dribble die alle aus und dann habe ich gut trainiert, besser trainiert, immer besser, habe bei der U23 getroffen, habe diese Situation angenommen und habe versucht, das Beste rauszumachen. Und dann hatte ich irgendwann mal das Glück und der andere das Pech. Einer hat sich verletzt. Ich bin in den Kader reingekommen, weil ich gut trainiert habe, es verdient habe. Und dann, du musst dir vorstellen, Pauli hat halt in der Situation jedes Spiel gewonnen. Das war so Siegeserie, die hat eine Acht-Siege oder so. Der Trainer kann ja nichts verändern, wenn die Mannschaft jedes Spiel gewinnt. Das war ja auch wichtig. Und ich habe mich auch gefreut, dass die Mannschaft gewinnt. Und dann bin ich dann in den Kader gekommen, nächstes Spiel wieder in den Kader, habe beide Spiele nicht gespielt. Und dann habe ich mein Debüt gegeben, beim elften Spiel war das, glaube ich. Da lagen die hinten, bin ich die letzten 15 Minuten reingekommen. Das war mein erstes Profispiel im Millern-Tor, das war geistkrank. Du wämmst dich auf, die lagen hinten und ich denke mir die ganze Zeit, ich gucke rüber, ich denke mir, okay, er muss mich jetzt reinbringen. So, Offensivspieler, er muss irgendwas machen. Und dann hat er vor mir und noch ein Trikot hochgehalten und ich bin so Schockstarre gewesen. Weißt du so, der andere läuft schon los und war so 10 Meter vor mir. Und ich war so, ich konnte es gerade nicht glauben. Und der Athletentrainer schobst mich so auf und ich habe den anderen noch überholt, weil diese zur Bank laufen, weil ich so schnell gelaufen bin. Und dann habe ich mein Trikot und ich war so krank aufgeregt, ich war so nervös. Und die ganze Zeit in meinem Kopf da so, mach keinen Fehler, mach keinen Fehler. Und das war falsches Mindset im Nachhinein so. Ja. Ich habe nicht gut gespielt so, wir haben verloren leider. Wie viele Minuten hast du da bekommen? 13, 14, 15 Minuten so. Okay. War kein gutes Spiel so. Mhm. Dann kam die nächste Woche und dann kam das Stadtderby gegen HSV so. Das war das Spiel so, ne? Mhm. Und dann war auch so, ich dachte in meinem Kopf, okay, ich habe nicht gut gespielt, vielleicht fliege ich wieder aus Kader raus. Und Kaderliste, wir hatten Freitagabend gespielt und dann Freitagmorgen trainiert und danach kam die Kaderliste. Und dann sind einfach reingehangen, ne? Ja, ja, genau so. Und dann sehe ich meinen Namen, ich war wieder richtig glücklich, ne? Das war gegen Hamburg oder? Gegen Hamburg. Ja, gegen Hamburg. Also das war dann das zweite Spiel, also mein Erstspiel nach dem Debüt. Mhm. Und dann habe ich meinen ganzen Kollegen geschrieben, ich bin Kader und so, alle freuen sich so. Die denken, boah, krank und so, wie kannst du da Kader sein? Also die haben sich richtig gefreut. Dann haben wir geführt, die haben gedreht. War das nicht in Hamburg? Ja, genau. Dann stand es 3-1 für HSV, ich glaube so 60. Minute, 65. Dann kam ich rein. Ich schwöre, ob du mir glaubst oder nicht, ich erinnere mich daran. Ich habe dieses Spiel live geguckt. Ich habe dieses Spiel live geguckt. Wurde mein Trikot so hochgehalten, dann kam mein Trainer zu mir, sagt so, der hat mir so den Druck rausgenommen, weil letztes Spiel hatte ich mir selber so Druck gemacht, er sagt einfach, guck mal, ihr habt einfach Spaß, trau dich was, geh 1 gegen 1, geh 1 gegen 1, ganze Zeit geh 1 gegen 1. So, es steht 3-1 so. Irgendwas. Ich schwöre, ich habe Gänsehaut, weil ich mich daran erinnere und ich weiß, du hast glaube ich sogar getroffen, wenn mich nicht alles täuscht. Krank. Ja, dann bin ich reingekommen, aber da bin ich mit ganz anderem Mindset rein, ich bin reingegangen, dachte, ich bin der Krasseste, ich nehme die jetzt alle auseinander, obwohl ich nicht der Krasseste war, aber nur in meinem Kopf, damit ich einfach mir was zutraue. So, hatte ich direkt erste Aktion, richtig viel Platz vor mir, bin an einem vorbei. So, wenn die erste Aktion klappt, dann weißt du, du bist im Spiel drin, also du bist da. Dann habe ich 5 Minuten später das 3-2 gemacht. Wirklich, das war krank. Erzähl, wie war das? So, ich kriege langen Ball, ich laufe alleine 30 Meter aufs Tor zu und eigentlich fängt man dann an nachzudenken, so wohin schieße ich rechts, links, rechts, links. Aber ich habe gar nicht nachgedacht, ich war so, keine Ahnung, ich bin einfach aufgelaufen, habe irgendwie geschossen, der Ball geht rein. So, krank. Und dann laufe ich zurück und dann realisierst du erst, weil du dann ja diese eine Minute Pause hast, guckst einmal rum, so im ganzen Stadion, die ganzen Leute, was gerade passiert ist. Und dann haben wir das Spiel leider noch verloren, 4-3. Aber finde ich halt super, muss man ehrlich sagen. Ja, also ich war natürlich traurig, aber so persönlich war es Traum. Also ich glaube auch an Schicksal und das sollte einfach so sein, so, dass ich da treffen sollte. Und dann war noch so, ich gucke, mein Handy danach ist geplatzt. So, das war so das erste Mal, ich konnte mein Handy nicht aufmachen. Und meine Kollegen waren auch im Stadion, zwei Kollegen von mir, die haben mich danach gesehen. Mein Berater war da, alle waren glücklich, aber natürlich auch, hätten wir gegönnt, dass wir gewonnen, weil das ein krasses Spiel war. Und ab dem Zeitpunkt war dann, dass ich jedes Spiel von Anfang an gemacht habe, so, die Rückrunde. Das war so der Dosenöffner, dann weiß ich noch, da hatten wir Heimspiel gegen Bielefeld und dann war der Trainer so, er wusste nicht, ob er mich spielen lassen soll von Anfang an oder nicht. Und dann hat mir einer gesagt, dass er ihn gefragt hat, was sagst du, soll ich Elias spielen lassen oder nicht? Und er meinte, ja, du musst ihn jetzt spielen lassen. Er hat getroffen, er ist da, er ist gerade Kurve so ein bisschen nach oben. Gib ihnen das. Dann habe ich gespielt, wir haben gewonnen wieder. Ich habe kein gutes Spiel gemacht, so persönlich, aber... Wenn du gewinnst, dann ist es schwierig auch, ja. Und dann war ich drin, hab gespielt, dann nächstes Spiel gegen Darmstadt, die waren Tabellenführer. Hätten die gewonnen, wären die aufgestiegen. Also, das war ein wichtiges Spiel für die. Dann habe ich da wieder getroffen, Tor gemacht und wir haben 3-0 gewonnen. Und dann ging es so die Saison weiter. Immer jedes Spiel war weiterhin durchgespielt und wir waren auch ein bisschen im Aufstiegsrennen, aber haben es nicht so hinbekommen. Wie hat sich da so denn alles verändert für dich so? Auch Standing in der Mannschaft bestimmt ganz anders. Ja. Wurdest ja bestimmt auch erkannt dann auf der Straße von den Polyfans oder ab und zu? Ja, ein bisschen so seltener. Ja? Aber nicht so. Okay. Aber wie ist das alles so für dich dann so... Ich konnte das nicht so richtig glauben, war so... Das ging auch alles bestimmt voll schnell, wa? Ja. Vor einem halben Jahr spielst du noch Regionalliga und dann auf einmal spielst du in dem Stadion, in dem Stadion. Das war alles so neu für mich. Mhm. Und weil ich dieses so Unbekümmerte hatte, war ich auch auf dem Platz so frei so. Weil ich wusste, wenn ich jetzt scheiße spiele, niemand erwartet was von mir. Weißt du, so... Ich konnte einfach... Ich hatte keinen Druck. Ich habe mir selber mal Druck gemacht, aber niemand hat mir Druck gemacht. Und das war echt gut und wichtig. Hättest du selber gesagt oder... Also, hast du den Glauben gehabt, dass es wirklich mal so weit geht so? Nein, niemals. Einfach jetzt, ich spiele gerade um den Aufstieg mit? Oder ihr seid erst oder zweiter? Jetzt sind wir gerade erster. Ihr seid erster Platz. Ich spiele den Aufstieg. Du spielst eine riesen Rolle. Machst gute Spiele. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es in dir so vorgehen muss. Ich glaube, jetzt hast du dich so ein bisschen langsam so klimatisiert. Sag mal. Akklimatisiert. Akklimatisiert, sagt man, glaube ich. Ja. Mit der ganzen Situation, mit dem ganzen... Aber es muss ja heftig sein. Weil du ja selber sagst, so von... Eigentlich von nichts auf alles, in Anführungsstrichen fast, ne? Ja, so war es auch. Und... Also, ich konnte das selber nicht so richtig... Wenn du in der Situation bist, dann... Was gerade alles passiert, das checkst du gar nicht so. Und du checkst das erst so ein paar Wochen, Monate später. Aber so, wenn meine Kollegen mir dann mit mir reden und mir das dann erzählen, dann check ich erst in meinem Kopf, Digga, was passiert dir gerade so, ne? Geist krank. Aber so, selber war ich gar nicht in dem Film, okay, so, ich bin jetzt hier Fußballprofi oder sonst was so. Es war so... Alles so in so einer Trance so ein bisschen. Ich bin einfach so... Crazy. Mitgegangen. Das Jahr ging ja dann zu Ende, ne? Deine erste Saison bei Pauli. Ja. Ich meine, du hast ja in den letzten Spielen immer gespielt. Und... Es war letzte Saison, oder? Ja, genau. Und jetzt sind wir in der aktuellen Saison, dein zweites Profi, Herr Pauli. Ja. Jetzt bist du etablierter Zweitligaspieler. Und jetzt gerade spielst du sogar um den Aufstieg in die Bundesliga. Ich hoffe erstmal, ihr packt das, ne? Auch für dich persönlich. Wäre ja unglaublich. Du hast, glaube ich, um die Elf, Zwölf als Scorer, ne? Ja. Kann es sein, mit Pokal zusammen? Elf Scorer, glaube ich, ja. Ist ja sehr gut eigentlich auch für einen Außenspieler oder für einen offensiven Spieler. Wie geht es jetzt weiter für dich? Was sind deine Ziele? Wo willst du noch hin? Hast du noch Träume, was du noch nicht erreicht hast? Was ist mit der Nationalmannschaft eigentlich? Hast du mal irgendwie von der Nationalmannschaft? Also... Also meine Eltern kommen ja aus Tunesien und dann hatte Tunesien mal... Das war schon letzte Saison, wollten die mich mal einmal einladen. Aber da hatte ich dann im letzten Spieltag mich leider so gezerrt. Dann ist es nicht geklappt. Und dann war ich einmal da im September. War Länderspielpause. Vor ein paar Monaten? Ja. Also vor einem Jahr. Krass. Okay. War ich da. Das erste Mal war krass, das alles zu sehen. Und so Nationalmannschaft. Ich habe leider keine Minute gespielt. Ja. Und dann... Das war es dann eigentlich auch. Also... Jetzt steht ihr im Kontakt? Ja, jetzt. Wir sind immer noch im Kontakt. Jetzt... Also du profitierst ja, wie es im Verein läuft von der Nationalmannschaft dann. Und jetzt läuft es halt auch wieder besser. Ja. Mal gucken, wie es jetzt weitergeht mit denen. Aber wir sind immer im Austausch. Okay. Ja, sonst Ziele. Ich will auf jeden Fall mal Bundesliga spielen. Ob es jetzt nächstes Jahr ist oder nicht. Mal gucken. Aber es ist auf jeden Fall mein Traum, in der ersten Liga zu spielen. Und auch für die Nationalmannschaft auch Spiele zu machen. Ja, sehr, sehr schön. Ja. Ja, Bro. Erstmal vielen, 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 vielen Dank. Also krasse Story finde ich. Wirklich. Das ist so... Du bist eigentlich das perfekte Beispiel für die jungen Kids, dass... wenn es mal nicht läuft oder du mit 18, 19 in der unteren Liga spielst. Natürlich, du musst auch realitätsnah sein. Also auch mit dir selber. Deine eigene... Also wie du spielst auch gut einschätzen können. Ja. Und noch sagst... Und du hast nicht dieses Potenzial. Bringt da nichts, wenn du dann sagst, okay, ich kann zum Bundesliga spielen. Hast du den Leuten noch irgendwas zu sagen? Würdest du denen irgendwas sagen? Irgendwas mitgeben? Von deiner Sicht, von deiner Person aus? Ja, schwierig. Ja, was ich mitgeben kann, ist wie du sagst, dieses realitätsnah, so bin ich auch. Dass man... Das ist halt untypisch mein Weg, ne? Das kann jetzt nicht jeder machen so. Oder jeder schafft das leider so. Natürlich gönnt man das jedem, aber es klappt leider nicht. Und dass, wenn man einen Traum hat, dass man auch was dafür geben muss, dass man hart arbeiten muss und das nicht von alleine kommt. Das habe ich auch gemerkt, weil, wo ich nichts gemacht habe für mich, dann war ich auch nicht gut. Und wenn ich was für mich mache und hart trainiere, dann spiegelt sich das im Spiel wieder, im Training wieder. Und das müssen die Jugend, die Kinder verstehen auf jeden Fall. Sehr stark, Bruder. Und vielen, vielen Dank. Danke dir. Danke dir, Jungs. Achso, wir haben noch was von dir. Ja. Wir haben noch ein Trikot, was du auch unterschreiben wirst. Das verlosen wir an die Community, das ist... Ich unterschreibe das noch. Das Trikot hier von Pauli, von Elias Saad. Das werden wir verlosen unter den Kommentaren. Was ihr dafür machen müsst, wisst ihr einfach kommentieren. Follow da lassen. Und auch gerne bei dem Mann ein Follow da lassen bei Instagram. Ja, schadet niemandem. Sehr sympathischer junger Mann. Bruder, ich danke dir viel, vielmals. Und ja, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, wir konnten euch was mitgeben. Ich finde es eine sehr, sehr interessante Story. Ein sehr interessanter Charakter. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Und Peace. Peace. Ciao. Ciao.